Ist Karo Dauer, 27, etwa schon über ihren Tommy hinweg? Vor knapp zwei Jahren machten der Podcaster und das Model ihre Beziehung öffentlich. Doch obwohl die beiden ihre Beziehung weitestgehend privat hielten, teilten sie hin und wieder niedliche Pärchenbilder auf Social Media. Seit einigen Wochen ist damit allerdings Schluss, Fans vermuten bereits, dass die einstigen Turteltauben kein Paar mehr sind. Doch statt Trübsal zu blasen, genoss Karo eine partyreiche Zeit in Miami. Vor wenigen Tagen besuchte die Blondine eine Art Basel-Party in Miami. Von Liebeskummer soll dabei aber jede Spur gefehlt haben, wie ein Party-Gast gegenüber BILD berichtet haben soll, wir dachten alle, sie sei Single. Sie war in Flirtlaune und richtig gut drauf. Weder Karo noch Tommy äußerten sich bis dato zu ihrem angeblichen Beziehungsende. Ein weiterer Insider soll gegenüber dem Blatt aber bereits die Trennungsgründe geäußert haben. Tommy hat ihr im Streit erklärt, dass er sich mit Karo keine Familie vorstellen kann, meinte die Quelle zu wissen. Schönen Abenteuer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020